So, wir sind back, Modern Warfare 2 Reboot, Remastered, wie auch immer wir werden heute auf knackiger Basis, wir sind snipen, wir sind komplette Mülltonnen im snipen, nebenbei noch Revolverleveln, auch größte Schmutzwaffe, äh ja, falls jemand wieder die Waffe nachspielen möchte, so spiele ich sie, wie gesagt, bin kein Waffenexperte, so fühlt sie, für mich fühlt sie sich so am geilsten an. So, wir sind mehr machen noch, einfach nur Kills, glaube ich, ja, sofort Abschüsse, ach, erstmal auf Stufe 15, den Bomben springen, da habe ich auch wieder richtig Bock drauf. Das war jetzt wirklich ein Lacktreffer, ich bin, zwei Lacktreffer, wahrscheinlich Lack, ich bin wirklich absolute Mülltonne im snipen, hätte ich den jetzt bekommen, wäre ich absolut der Beste gewesen. Oh, ich bin wirklich scheiße. Das gibt, das triggert mich an manchen Leuten, die sagen, ja, Digga, ich bin so scheiße, ich bin so schlecht, auf einmal hauen die, weiß ich auch nicht, Nuklear mit Pistole raus oder so. Moin, wahrscheinlich bist du schlecht. Genauso wie die Leute früher in der Schule. Äh, oh, weiß ich nicht, glaube ich habe richtig reingekackt mit der Arbeit. Richtig, ich habe locker vier, fünf. Er hat eine Eins geschrieben. Halt dein Maul, wahrscheinlich, wahrscheinlich, schlechte, schlechte Arbeit. Nice, angeblich habe ich ihn nicht getroffen. Wahrscheinlich. Uh. Komm, jetzt muss ein Colette her, ich habe nur noch einen Schuss. Nein. Ein Netzchen, und was ist eigentlich mit dem Teammate? Juckt ihn gar nicht, der Sandengegner ist, juckt ihn gar nicht. Kurz auf taktischer Basis. Im Revolver? Beste Waffe. Hitmarker, ey, das liebe ich auch. Jedes Mal ist die Sniper One-Shot, aber wenn es darauf ankommt, macht sie einen verrückten Maul. Perfekt, danke für gar nichts. Wieder geklaut worden, nice. Oh, und dann sterbe ich wieder. Scheiße. Ich dachte, das wäre ein Mate, ich dachte, das wäre ein Mate. Weil da wieder dieser Fickpunkt, dieser scheiß Blaupunkt, über ihn war. Ja, zwei Hitmarker, servus. Andere Leute machen mich One-Shot mit der Waffe weg. Ich mache erstmal Hitmarker. So, auf geht's. Next Round. Diesmal. Direkt von Anfang an. Auf einer Map, die ich nicht so mag. Viele mögen die übelst gerne, aber irgendwie... fühle ich die gar nicht. Ah, ist ja okay, dazu zwei. Ja, ist ja okay, dazu zwei. In diesem Scheiß-Gedäum. Ah. Beste Waffe. Hier ist eine. Ficken, ficken. Ich weiß nicht, wie ich auf der Map hier snipen soll. Ich bin ein kompletter Bot, wirklich. Ich bin ein Bot. Hallo. Hilfe. Ich brauche absolut zehn Jahre, weil ich ihn perfekt in den Kopf treffen wollte. Scheiße. Scheiße. Ach komm, das ist auch einfach wieder Karma. Ich glaube, ich habe nicht einen Kill mit der Sniper bis jetzt. Läuft ja super. Läuft wirklich super. So, das Sniper-Experiment hier. Ich kann es auch einfach nicht. Ich bin so los zum Sniper unter mir. Den musste ich auch. Der hätte ich den nicht gehabt, ne? Nein. Nachladen wir. Natürlich wird er mir geklaut. Scheiße, den kriege ich nicht. Scheiße, den kriege ich absolut nicht. Ja. Oh, 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 oh. Komm gleich, ne? Ja. Nee, 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 nee. Das ist so ein Witz, das ist hell. Scheiße, ihr Sonnen. Der Kontraddrohne ist aktiv. Der Kontraddrohne ist aktiv. Der Kontraddrohne im Einsatz. Der Kontraddrohne ist aktiv. Scheiße, ich kann einfach nicht snipen. Nein. Das liegt nicht in meinen Händen. Ich kann einfach nicht snipen. Jetzt ist hier unten wieder einer. Also manchmal sind es auch einfach solche Ghost-Hits, wirklich. Ich treffe ihn eigentlich, aber Schuss kommt irgendwie. Schuss kommt nicht an. Ich werde wieder von hinten geholten. Heißt, danke. Boots. Ja. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Nice, dass ich gespawnt werde. Nice, dass der Spawn absolut mitten auf dem Feld ist. Nice, dass ich immer von den gleichen geholt werde. Boots. Ich gehe jetzt mit Sniper rein. Das ist mir jetzt egal. Fuck. Boots. Boots. Und wieder geklaut. Ich hätte beim dritten getroffen. Ich schwöre es euch. Nachladen, nachladen, nachladen. Scheiße, da war noch einer. Früher wäre das möglich gewesen, ihn zu holen, aber er braucht 10 Jahre oben rein zu visieren. Oh. Natürlich holt er mich. Natürlich. Eho. Will ich sehen. Okay. Nein. Oh. 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 Digga. Ja, ich war wieder letzter Kill. Guck mal, das hätte Save & Colette sein müssen, der ist völlig durch meinen Schuss gelaufen. 23, 22, ich dachte, ich habe absolut die krankeste Runde, die ich jemals gespielt habe. Einfach 22 Tode, 23 Ls. Danke dafür, SBM. Wie weit sind wir jetzt hier mit dem Bums? Ach, Level 15, er ist ach komm, ach komm, Stoff 21, ach komm, es ist auch das größte Schmutzsystem, ach komm. Hier, falls ich mir nachbauen will, habe ich glaube ich schon gezeigt. Hier ist der Bums, hier ist der Revolver, Bums, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert die Glocke, nee, aktiviert die Glocke, abonniert den Channel, abonniert mich, let's go, jeden Tag 17 Uhr. Absolut krank. Alter, der, der, der ist jetzt beendet, ne? Scheiß, die Wand an. Ich will auch unbedingt hier... ...und, ihr...